In diesem Video beschreibe ich dir die sexuelle Appetenzstörung. Der Begriff sexuelle Appetenzstörung bezeichnet im Allgemeinen den unwillentlichen Mangel oder die unwillentliche Abnahme an sexueller Fantasie und sexuellem Verlangen. Im Unterschied zur Asexualität identifizieren sich die betroffenen Personen nicht selbstbestimmt mit ihrer sexuellen Lustlosigkeit, sondern stehen unter einem Leidensdruck. Sexuelle Appetenzstörungen gehören zu den sexuellen Funktionsstörungen. Der Zustand ist das Grundproblem und besteht nicht aufgrund zugleich bestehender körperlicher Krankheiten, psychischer Störungen oder der Wirksamkeit chemischer Stoffe. Bei der Entwicklung sexueller Funktionsstörungen tragen sowohl psychische als auch somatische Prozesse entsprechend bei. Sexuelle Funktionsstörungen aufgrund von Erkrankungen, die neben psychischen Ursachen für eine erektile Dysfunktion verantwortlich sein können, oder auch genitale Schmerzsyndrome wie Vaginismus oder Dysparenie, zählen nicht zu den sexuellen Appetenzstörungen. Der ICD und das DSM unterscheiden die sexuelle Appetenzstörung nach sexuellem Appetenzmangel und sexueller Aversion. Im DSM 5 wurde die sexuelle Aversion als Diagnoseschlüssel gestrichen und im Hinblick auf die Appetenzstörung wird nun eine männliche und eine weibliche Form unterschieden. Bei dem ungenauen Begriff der sexuellen Hypoaktivität oder auch Hyposexualität ist die sexuelle Appetenz in unterdurchschnittlichem Maße vorhanden, was nicht zwingend auch als nachteilig empfunden wird. Hyposexualität kann somit auch dann vorliegen, wenn die Kriterien einer sexuellen Appetenzstörung nicht oder nicht vollständig erfüllt sind. Die möglichen Gründe für eine Hyposexualität sind dabei vielfältig. Teilweise beruht das fehlende Empfinden auf hormonellen Störungen, teilweise sind psychische Faktoren an dieser Entwicklung beteiligt. Bei der sogenannten Impotentia Satisfactiones des Mannes ist die Fähigkeit zur Erektion und zum Samenerguss zwar gegeben und die Zeugungsfähigkeit nicht eingeschränkt, aber der Beischlaf wird nicht als Befriedigung erlebt. Eine zusätzlich eventuell reduzierte Libido kann vorübergehend durch Stress verursacht sein oder auch langfristig durch einen Mangel an männlichem Geschlechtshormon Testosteron hervorgerufen werden. Ein Mangel der Libido bei der Frau beruht nicht, wie früher vermutet, auf einem Mangel an Testosteron, das auch bei Frauen vorhanden ist. Vielmehr spielt bei ihr eine zu geringe Konzentration des in den Nebennieren produzierten Hormons DHEA, einer Vorstufe des Testosterons und unter bestimmten Bedingungen auch des Östrogens die entscheidende Rolle. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern kann ein erhöhter Spiegel des Hypophysen-Hormons Prolaktin zu Libidoverlust führen. Auch psychische Ursachen können zu Hyposexualität führen. Hierzu zählen schwere Depressionen, Angststörungen oder Minderwertigkeitsgefühle. Manche Menschen haben aufgrund einer sexualfeindlichen Erziehung oder eines traumatischen Erlebnisses auch Angst vor Sexualität. Bestimmte Medikamente wie zum Beispiel Neuroleptika und auch SSRI-Antidepressiva, also Selektriveserotin, Wiederaufnahmehemmer, die regelmäßig eingenommen werden müssen, können den Geschlechtstrieb einschränken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017